Hello, hello meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute zeige ich euch den Inhalt meiner Wickeltasche. Ganz, ganz viele von euch haben sich dieses Video gewünscht und haben mich eben auf Instagram gefragt, ob ich dazu nicht auch was erklären könnte. Das mache ich heute sehr, sehr gerne. Allerdings wieder relativ spontan. Also ich komme gerade aus der Stadt und der kleine Schatz, der schläft und deshalb nutze ich die Zeit. Die Bella ist auch mit am Start. Ja, ihr seht sie, genau, da ist sie. Und ich hole jetzt alles mal hier raus, am besten, damit ich euch darüber berichten kann. Vielleicht ist ja ein kleiner Tipp für euch dabei oder eine kleine Inspiration. Da würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ich euch da ein bisschen helfen kann. Ich glaube, für die Mamas, die zum ersten Mal ein Baby bekommen, ist es nämlich gar nicht so einfach, sich durch diesen Urwald durchzukämpfen. von Erstausstattung, Kliniktasche, Wickeltasche und so weiter. Und ich finde es so ein bisschen schade, dass da zum Teil, muss ich sagen, übertrieben wird. Also das ist nur meine persönliche Meinung. Ich habe fünf Kinder, also Liam ist jetzt mein Fünfter. Ja, also ich habe schon einige Windeln gewechselt und einige Wickeltaschen gepackt. Ich kann da auch nur aus Erfahrung sprechen und für mich ist es so eben am besten. Zum Thema Erstausstattung und Kliniktasche kann ich euch dann am Ende des Videos noch ganz kurz was sagen. Jetzt starten wir erstmal mit meiner Wickeltasche. Ja, ich habe tatsächlich meine Handtasche immer dabei. Der ist jetzt drei Monate. Und meine normale Wickeltasche, die auch zum Kinderwagen passt, habe ich jetzt so noch nie verwendet. Denn so ist es für mich einfacher. Also ja, ich möchte auch nicht noch zusätzlich eine Handtasche mitnehmen. Meine Sachen passen auch hier rein. Und er ist ja jetzt noch so klein, dass ich noch nicht den ganzen Hausstand mitnehmen muss. Also übertrieben gesagt, Spielzeug, Knabbereien zu trinken, das fällt ja jetzt erstmal alles weg. Aber ja, wie gesagt, wir kommen jetzt erstmal zu den Dingen, die ich hier immer einpacke. Und zwar zum einen, ganz wichtig, natürlich eine Windel. Also ich nehme tatsächlich immer nur eine mit. Und eine kleine Packung Feuchttücher. Eigentlich wird er immer mit diesen Wattepads und Wasser sauber gemacht. Also hier zu Hause, aber das ist unterwegs natürlich sehr schwierig. Und deshalb nehme ich das hier mit. Und bitte packt nicht so ein Riesenpacken Feuchttücher ein. Das ist nur schwer und unnötig Ballast. Es kommt natürlich darauf an, wo ihr hingeht. Also wenn wir jetzt einen längeren Ausflug machen, nehme ich natürlich auch zwei oder drei Windeln mit. Es kommt halt darauf an, wie lange wir unterwegs sind. Aber wir haben hier kurze Wege. Das heißt, ich bin schnell in der Stadt. Und falls da irgendein kleines Malheur passiert, wäre ich auch schnell wieder zu Hause. Und deshalb reicht mir das so. Das Teil wurde uns übrigens genäht von einer Zuschauerin. Da habe ich mich total gefreut. Hier steht sein Name. Das ist personalisiert. Aber auch das wäre jetzt nicht dringend notwendig. Also es reicht, wenn ihr die Windeln nehmt, Feuchttücher, und das eben in eure Tasche packt. Aber das ist natürlich schon mal sehr wichtig, dass ihr das dabei habt. Dann habe ich immer einen Satz Ersatzklamotten dabei. War das jetzt gerade deutsch? Also Ersatzklamotten in dem Sinn, weil uns schon mal was passiert ist in Frankfurt. Das war nicht so lustig in dem Moment. Aber wir haben es hinbekommen. Alles gar kein Problem. Wir sind da hier sehr flexibel. Aber daraus habe ich auch gelernt. Und deshalb habe ich immer Ersatzklamotten dabei. Also sprich einen Body, einen Strampler, der mir jetzt in dem Fall nicht so gut gefällt. Da bin ich ehrlich. Aber er hat es ja auch dann ganz selten an, weil das ja nicht so häufig passiert. Ich habe es ja hier immer in der Tasche. Und ich würde euch empfehlen, jetzt nicht unbedingt was zu nehmen, was euch super gut an eurem Baby gefällt. Denn so oft wird ihr das ja dann nicht tragen. Hier noch das Longsleeve, eben passend zu dem Strampler. Und eine Strumpfhose wird auch benötigt. Jawohl, das kommt jetzt auch hier rein. Dann habe ich immer ein Spucktuch dabei. Zum einen, weil ich überall, egal wo, stille und das dann quasi so abdecke. Also natürlich so, dass das Baby genug Luft bekommt. Ich glaube, das muss ich gar nicht dazu sagen. Aber ich mag das nicht, wenn man da was sehen würde. Also da bin ich relativ spießig. Es macht mir nichts aus, wenn ich das bei anderen Mamas sehe. Also gar nicht. Aber bei mir, das ist so, dass ich das halt abgedeckt haben möchte. Ich nutze das aber auch als Wickelunterlage, falls ich ihn jetzt unterwegs irgendwo wickeln müsste. Dann mache ich das auch. Und zum Thema stillen, ich stille wirklich überall. Also im Auto, natürlich wenn wir stehen und nicht fahren. Dann im Park, im Café, überall draußen. Das macht mir gar nichts aus. Ja, aber das muss immer dabei sein, falls der kleine Schatz auch ein bisschen spuckt. Deswegen heißt es ja auch Spucktuch. Hier hätte ich jetzt zur Not auch noch diese Unterlage. Aber die habe ich sehr selten dabei. Ich habe sie jetzt einfach nur mal dazu gelegt. Weil die wirklich sehr praktisch sind. Aber meistens habe ich doch so eins dabei. So ein Spucktuch. Weil ich das dann eben auch waschen kann. Und das müsste ich ja dann wegwerfen. Also man kann das mehrfach natürlich einsetzen, wenn nichts daneben geht. Aber wie gesagt, Spucktücher sind mir da lieber. Dann habe ich immer ein Lätzchen dabei. Und ich habe auch immer eine Ersatzmütze dabei. Denn eigentlich trägt er diese hier. Und die ist ja relativ dick, wie ihr sehen könnt. Und jetzt am Wochenende war Frühlingsfest. Und dann kam plötzlich die Sonne raus. Und es wurde total schön warm. Und da wäre das mit der zu warm gewesen. Und deshalb war ich froh, dass ich diese hier dabei hatte. Die ist schön dünn. Und umgekehrt genauso. Also wenn wir mittags zum Beispiel rausgehen und ziemlich lang draußen sind. Und es kühler wird. Bin ich dann froh, wenn ich die dabei habe. So, also soviel dazu. Die kommt jetzt da hin. Und die kommt wieder hier rein. Hier ist auch sein Jäckchen. Wie gesagt, wir kommen ja gerade aus der Stadt. Beziehungsweise wir waren beim Kinderarzt. Deswegen ist hier auch noch sein Urheft. Das kommt wieder in den Sprang. Und dann habe ich noch diese Box hier mit dabei. Da ist ein Ersatzschnuller. Eigentlich mag er Schnuller nicht so gerne. Aber für mich ist es einfach ein bisschen, ja, ein beruhigenderes Gefühl. Wenn ich weiß, okay, es ist einer dabei, falls ich den, den er manchmal hat, zu Hause vergesse. Dann hätte ich Ersatz dabei. Und dann eben in dieser Schutz, in diesem Schutzteil, keine Ahnung, wie sich das jetzt nennt, Geld habe ich immer dabei. Also hier ist mein Kleingeld und meine Kreditkarten. Ansonsten habe ich Kreditkarten. Als hätte ich zehn Stück. Nein, also ihr wisst, was ich meine, ne? Dann habe ich diese süßen Teilchen hier dabei. Das ist natürlich auch kein Muss. Und zwar habe ich die nur deshalb dabei. Die haben wir nämlich geschenkt bekommen. Und mein Gedanke dazu war, dass wenn er älter ist, also in ein paar Wochen, dass ich ihm die dranmache. Denn er hasst Autofahren. Also was heißt hasst, er mag es einfach nicht, ne? Er ist ja immer total unruhig und ist nicht so glücklich im Auto. Und dann dachte ich, wenn diese Schülchen dann passen, dass sie ihm dann irgendwie, ja, Freude bereiten. Und er dieses Geräusch hört und beschäftigt ist. Und deshalb sind sie hier in meiner Handtasche und warten auf den Einsatz. Ansonsten habe ich dieses hier dabei. Es ist für die Windeln, falls kein Mülleimer in der Nähe ist. Habe ich jetzt noch nie so verwendet, weil eigentlich immer ein Mülleimer in der Nähe ist, falls ich ihn unterwegs wickele. Aber man weiß ja nie, ne? Sonst müsste ich die Windel ja mit nach Hause schleppen. Und das möchte ich natürlich auch nicht. Dann habe ich das dabei, das Beutelchen. Das kennt ihr von meinem DM-Haul. Habe ich auch immer dabei. Falls ich noch was einkaufe, habe ich das immer dabei. Und ansonsten war es das eigentlich schon. Also hier ist jetzt noch meine Käppi. Die hatte ich vorhin noch an. Brillen-Etui, weil hier mal eine Sonnenbrille ist. Und das war es, wie gesagt. Also kein großes Hexenwerk. Hier ist noch meine Jacke. Macht euch da bitte nicht allzu verrückt. Weniger ist da oftmals mehr. Es kommt natürlich darauf an, wo ich hinfahre oder hinlaufe. Wenn ich jetzt natürlich einen Ausflug mit der ganzen Familie mache, weiß ich, dass ich ein paar Stunden draußen sein werde. Und dann brauche ich natürlich auch mehr. Aber ich nehme jetzt keine Creme mit fürs Gesicht, weil ich das morgens mache. Auch keine für den Windelbereich. Es sei denn, er hätte jetzt einen Ausschlag, was er noch nie hatte. Aber das mache ich dann eben auch morgens nach dem Waschen. Und da erspare ich mir das. Aber wie gesagt, das kommt eben darauf an, wo ihr hinfahrt oder was ihr macht, was ihr unternehmt. Ob es Wochenende ist, unter der Woche. Ob ich nur schnell zum Arzt fahre. Ob ich mit Bella rausgehe. Zum Beispiel, da nehme ich gar nichts mit. Also ich weiß ja, dass ich spätestens eine Dreiviertelstunde später zu Hause bin. Also brauche ich da jetzt nicht so eine Riesentasche hier mit zu schleppen. Wobei die echt leicht ist. Also da, die habe ich ja sehr, sehr gerne so mit dabei. Ansonsten ist es für mich natürlich auch einfach, weil ich ja ein Stillbaby habe. Also das heißt, ich muss kein Pulver, kein abgekochtes Wasser und keine Fläschchen mitnehmen. Das ist natürlich auch nochmal was anderes. Da kann ich euch aber leider nichts empfehlen, weil ich da raus bin aus dem Thema. Dazu kenne ich mich zu wenig mit aus. Und auch zum Thema, ja, so Knabbereien oder was zu trinken für ihn. Spielsachen. Das braucht er jetzt alles noch nicht. Also in ein paar Wochen oder Monaten dann eher werde ich die mit Sicherheit auch nochmal anders packen. Oder werde dann eben die große Wickeltasche für den Kinderwagen nehmen. Genau, meine Lieben, ich hatte mir eigentlich auch noch ein paar Notizen gemacht heute Nacht beim Stillen. Mal schauen, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich glaube eher nicht. Falls doch, würde ich es euch unten in die Infobox schreiben. Ihr könnt da gerne nochmal nachlesen. Oder wenn ihr irgendwelche Tipps habt, auch für die Mamas, die mitlesen, in den Kommentaren, dann schreibt es sehr, sehr gerne. Und zum Thema, dass ihr euch nicht verrückt machen sollt, macht es euch wirklich einfach, bitte. Also, ich weiß, dass es viel ist. Und gerade für die Mamas, die das erste Baby bekommen, herrscht so eine Unsicherheit. Ganz klar, weil einem auch die Erfahrung fehlt. Aber die kommt dann. Und geht das Ganze positiv an. Bleibt ganz ruhig. Denn, ja, das Baby merkt es. Und wenn ihr gechillt seid, glaubt mir, dann ist es das Baby auch. Und zum Thema Erstausstattung, ja, der Liam, der hat exakt fünf Strumpfhosen, knapp zehn Bodys, nicht mal, und Strampler. Aber wir haben ja heute alle eine Waschmaschine. Und wir müssen nicht mehr zum Bach runtergehen, im besten Fall, ne, und alles mit der Hand waschen. Und deshalb haltet euch da vielleicht eher daran, dass ihr weniger habt. Denn im Nachhinein, wenn das Baby auf der Welt ist, kann man immer noch, ja, zum H&M fahren und da was holen, ne. Und wenn man das selbst nicht schafft, weil man eben das Baby gerade bekommen hat, kann ja der Partner fahren, die Mama vielleicht, die Schwiegermama. Und dann kann man das Ganze noch besorgen. Und so haben wir es auch gemacht. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch keine 100 Spucktücher hier, weil das völlig, also es wäre viel zu viel. Denn, wie gesagt, man kann das Ganze ja dann auch noch waschen, ne. Okay, meine Lieben, also dann war es das soweit von meiner Seite, von meinem Video, dem ganz spontanen Video wieder. Der kleine Schatz, der wird jetzt auch gerade wach. Passt wieder ganz gut, als wäre es abgesprochen. Und, ja, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Dieses Format, dass ich hier jetzt nicht großartig was aufbaue, das schaffe ich einfach im Moment nicht, weil ich die Zeit anders nutze. Und lasst mir da sehr, sehr gerne Feedback da. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr diesen Kanal kostenlos abonniert. Dann verpasst ihr auch keine Videos mehr von mir, beziehungsweise von uns. Ich vlogge ja sehr viel oder eher regelmäßig, sagen wir es mal so. Und da seid ihr dann auch immer auf dem neuesten Stand. Und da habt ihr eben auch meine Tasche entdeckt und wolltet dazu was wissen. Beziehungsweise eben auch auf Instagram. Ja, okay. Also gut, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag mit ganz viel Sonnenschein. Mit lieben Menschen um euch. Und nur das Beste. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss. Bella? Du bist eine Schlafkappe. Tschüss. Thumbnail. Liam. Thumbnail. We play. Do. We play. We play. Vielen Dank.